Die Wollnys, Kalanta Wollny mit neuer Kampfansage? Nur Krieg-Ausrufe-Zeichenpunkt nach dem Streit mit Silvia Wollny und ihrer Verhaftung war es still um sie geworden, nun hat sich Kalanta Wollny mit drastischen Worten zurückgemeldet. Punkt Fans rieben sich verwundert die Augen, als Kalanta Wollny Mitte Dezember 2023 nach schier ewiger Funkstille plötzlich Fotos und Storys in ihrer Insta-Story hochlöt. Monatelang hatte die Community gerätselt, was aus Silvia Wollnys rebellischer Tochter geworden war, denn nach ihrem Ausstieg aus der RTL2-Serie Die Wollnys, eine schrecklich große Familie war die junge Frau von der Bildfläche verschwunden. Keiner wusste, wo Kalanta abgeblieben war, wo sie nach ihrem Auszug aus dem Familiendomizil ein Radheim wohnte oder womit sie danach ihr Geld verdiente. Nach ihrer Rückkehr konnte Kalanta Wollny dann aber Abhilfe schaffen und ein paar der Leerstellen füllen. Gemeinsam mit ihrem Freund Mason, der auch der Vater ihrer Tochter Katalea ist, hat sich die 23-Jährige ein neues Leben von Ab der Kameras gesucht. Punkt nach Verhaftung und Streit mit den Wollnys, sie geht es galanter Wollny heute Punkt in einer Vielzahl von Fragerunden sprach Kalanta zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 über ihr Verschwinden, die Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit Tochter Pippi und das schlechte Verhältnis zu ihrer Mutter Silvia. Die plötzliche Mitteilsamkeit nahm jedoch ein jähes Ende, als sich am 8. Februar 2024 die Nachricht verbreitete, Kalanta sei verhaftet worden. Weil ausgerechnet Silvia Kalanta vor 45 Tagen im Gefängnis bewahrte, versprach der schwarze Schaf der Familie im Gegenzug, sich wieder zurückzuziehen. Kalanta Wollny hat Wort gehalten, seither keine neuen Vorwürfe gegen ihre Familie erhoben. Auf Instagram ist sie aber wieder aktiv, wenn auch nicht in ihren Storys. Seit ihrer Verhaftung hat die 23-Jährige elf neue Fotos von sich auf Kalanta Wollny official hochgeladen, das neueste am Freitag, den 22. März 2024, Kalanta Wollny wieder auf Instagram aktiv, sie wollen immer nur Krieg. Große Augen machen ihre 58.000 FollowerInnen und Follower vor allem deshalb, weil die neue Kalanta Wollny nicht mehr viel mit der jungen Frau gemein hat, die RTL 2 den Zuschauerinnen und Zuschauern einst in die Wollnys präsentierte. Die schwarzen langen Haare und die Brille sind einem neuen Look gewichen. Nach einer kurzen Blondphase trägt die Wollny Rebellin ihre Haare heute kurz und rot. Nasenpiercing, Schminke und Filter tragen dazu bei, dass man die 23-Jährige kaum wiedererkennt. Doch auch der Text unter dem neuesten Schnappschuss wirft Fragen auf. Zwar handelt es sich dabei, wie klar von Kalanta gekennzeichnet, um Lyrics zu Krieg und Frieden von Kul Savas. Doch die geposteten Zeilen wählte die 23-Jährigen natürlich nicht zufällig aus. Sie wollen immer nur den Krieg, obwohl es am Ende nur Verlierer gibt. Ein neuer Tag, ein neuer Beef, bei dem es am Ende nur Verlierer gibt, so der Auszug, für den sich Kalanta entschieden hat. Geht es hier erneut um Silvia Wollny und Bruder Jeremy Pascal Wollny? Unklar. Dazu, wie es nach der Verhaftung weiterging, schweigt Kalanta beharrlich. Da der Haftbefehl seitens der Staatsanwaltschaft Rostock ausgestellt worden war, darf angenommen werden, dass der einstige TV-Star nach ihrem Auszug bei Mama Silvia mit Mäßen nach Mecklenburg-Vorpommern zog. Verhaftet wurde sie allerdings in Neuss. Lebt Kalanta Wollny jetzt also wieder in unmittelbarer Nähe zu ihrer Familie und hat vielleicht sogar wieder Kontakt zu ihrem Kind? Das ist ebenfalls offen, allerdings unwahrscheinlich. Dass die Versöhnung von Silvia Wollny und Sohnemann Jeremy Pascal Wollny vor rund sechs Wochen von allen Beteiligten publik gemacht wurde, wäre Silviges sicherlich auch im Fall von Kalanta an die Öffentlichkeit gedrungen. Punkt die Wollnys, Geschwisterstreit mit bösen Konsequenzen? So auch in der neuesten Folge, die heute, am Mittwoch, den 13. März, ab 20.15 Uhr im TV laufen wird. Gemeint ist jedoch nicht die heftige Auseinandersetzung zwischen Estefania Wollny und Mutter Silvia Wollny, bei der es um Ali geht, sondern ein Showdown zwischen Lavinia Wollny und Schwestern Sarah Fina. Die frischgebackenen Mütter planen die gemeinsame Taufe ihrer Kinder-Hoop-Angel Silvia und Linus Tim. Doch Sarah Fina Wollny präscht vor und trifft eine wichtige Entscheidung einfach ohne Lavinia. Als diese mitbekommt, dass das Catering für den großen Tag ohne Absprache bestellt wurde, flippt sie aus. Ich find das richtig beschissen gerade, erklärt sie gekränkt. Doch ihre Schwester zeigt sich uneinsichtig. Irgendjemand habe sich ja kümmern müssen, so die Begründung. So, wie Sarah Fina das gemacht hat, find ich das schon gut, macht Silvia Wollny deutlich, auf wessen Seite sie steht. Wir haben immer bei solchen Festen ein Catering genommen, weil es ist für uns allemal viel viel entspannter, zeigt die 59-Jährige, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, um was es Lavinia mit ihrer Kritik wirklich ging, Kommunikation. Gemeinsame Feier, gemeinsame Planung, müsste man meinen.